Die Ursache, die Ursache, und darüber würde ich lieber heute Abend drehen, die Ursache der schlimmsten Weltwirtschaftskrise, die wir seit den 20er Jahren durchleiden und die ja längst nicht beendet ist, im Gegenteil, das fängt jetzt erstmal richtig an, darauf komme ich noch zurück, die Ursache wird ja überhaupt nicht diskutiert. Und da drin drückt sich wieder mal das Elend der Wirtschaftswissenschaft aus. Wenn ich Kausalitäten nicht mehr, wenn ich diese nicht mehr adäquat berücksichtige im Wissenschaftsbetrieb, also Ursache-Wirkungsverhältnisse, wenn ich nicht richtig die Ursache erkenne, ja dann kann ich auch nicht therapieren, so einfach ist das. Das ist ja wieder Medizin, wenn ich da zum Arzt gehe, dann erwarte ich eine Diagnose. Ja, dann erwarte ich von meinem Arzt, dass er mir sagt, die und die Krankheit hast du und da haben wir jetzt in der medizinischen Wissenschaft die und die Möglichkeiten, um das zu therapieren. Das ist Kausalität und ich erwarte es ein Minimum, ein Minimum an wissenschaftlicher Redlichkeit, diese Kausalität auch zu zeigen. Und wenn ich dann nicht mehr in der Lage bin, die Ursache, die wahre Ursache einer Krise zu benennen und sie zu beschreiben, ja wie will ich sie denn dann richtig therapieren? Das ist die Quadratur des Kreises und die geht bekanntlich ganz schlecht. Und die Ursache der Krise ist nichts anderes als ein Paradigmenwechsel in der Wirtschaftswissenschaft, der vor langer Zeit stattgefunden hat, nämlich Mitte der 70er Jahre, also spätestens etwa nach der damaligen schlimmen Weltwirtschaftskrise 1974-75. Da war Schluss. Da war Schluss mit dem Nachkriegswohlfahrtsstaat. Da war Schluss mit dem Intervenieren in den Markt. Da war Schluss mit einer entsprechenden adäquaten Steuerpolitik, die primäre Marktergebnisse rektifiziert hat, sozialstaatlich ausgerichtet hat, das Soziale, die Gerechtigkeit mit in den Mittelpunkt gerückt hat. Da war Schluss, weil, und die Erklärung ist eine einfache, weil die Profitquoten und letztlich dann auch die Profitraten verfielen. Da das Kapital was gegen, das macht man nicht. Das mag man nicht im Kapitalismus, das macht das Kapital nicht, das mögen die Vermögen nicht, wenn ihre Verwertung, und das ist letztlich die Profitrate, also wie viel Gewinn erziele ich auf mein eingesetztes Eigenkapital, wenn das verfällt. Der Josef, der Josef Ackermann, der hat das ja für seine Bank, seine ehemalige muss man jetzt sagen, er ist ja in Pension gegangen, seine deutsche Bank mit der Formel ausgerückt, 25% Eigenkapitalrendite. Als er diese Zahl nannte auf einer Pressekonferenz, als er sich Bilanz vorstellte der Deutschen Bank, fragte ein Journalist, Herr Ackermann, meinen Sie Vorertragssteuern oder Nachertragssteuern? Da stutzte Ackermann und überlegte und sagte, da will ich mal nicht so sein, Vorertragssteuern. Das war aber genau auch die Antwort, das war die Antwort, die muss man interpretieren, die muss man richtig verstehen. Die meisten verstehen die ja gar nicht. Nicht mal im Ansatz verstehen die Journalie nicht, Politik nicht und die meisten Wirtschaftswissenschaftler auch nicht. Weil was sich dahinter verbirgt, ist nicht nur das Shareholder-Value-Prinzip. Das auch, klar, das auch. Nein, das ist sogar eine Umkehrung kapitalistischer Logik, die sich dahinter verbirgt. Erstmal 25% Rendite sind ja nicht darstellbar. Natürlich für ein Unternehmen schon in einer Volkswirtschaft. Aber wenn alle danach gieren, stellen Sie sich nur mal vor, alle Einzelwirtschaften würden danach gieren, das, was Ackermann für seine Bank als Zielorientierung ausgegeben hat, 25%. Wie da diese Wirtschaft aussehen würde, wie da die Welt aussehen würde. Das wäre kein Raubtierkapitalismus mehr. Der Begriff müsste nur erfunden werden, was das wäre. Einzelne mögen das können, aber doch nicht alle. Aber das ist insofern auch die Umkehrung kapitalistischer Logik, die hängt damit zusammen, dass die Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft, der immer aus vier Arten besteht, wie Sie wissen, gehen wir davon aus, dass hier überwiegend Ökonomiestudentinnen und Ökonomiestudenten sitzen, dass hier, nicht der Fall, naja gut, dass die vier Arten, mehr kennen wir Ökonomen ja nicht, Wertschöpfung besteht immer aus vier Arten, nämlich erstens Löhne und Gehälter, zweitens Zinsen, drittens Mieten und Pachten und viertens Profite, Unternehmerprofite. Das sind die vier Wertschöpfungsarten. So verteilt sich Wertschöpfung. Die Wertschöpfung entsteht arbeitsteilig natürlich, das haben die meisten auch schon vergessen, dass eine Wirtschaft immer was Arbeitsteiliges ist. Ja, wir brauchen den Chirurgen, wir brauchen den Professor, wir brauchen auch jemanden, der den Müll abholt. Eine arbeitsteilige Gesellschaft sind wir. Und dadurch entsteht letztlich eine Wertschöpfung durch diese Arbeitsteilung und nur die können wir dann auch verteilen. Und dann entstehen natürlich Ansprüche, weil hinter den vier Arten natürlich auch Menschen stehen, Klassen stehen, die möglichst viel dann von dieser arbeitsteilig generierten Wertschöpfung abhaben wollen. Die Arbeiter, Angestellten in Form von Löhnen und Gehältern, die Vermögen, den Fremdkapitalsitzer, wollen möglichst viel Zinsen haben. Wir haben übrigens die Arbeit schon eingestellt. Wir haben die Arbeit schon eingestellt. Die Neoliberalen sprechen ja viel von den Sozialschmarrotzern, von den Faulen. Wissen Sie, wer die faulsten sind in der Volkswirtschaft? Das sind die, die nur aus Zinseinkünften durchs Leben gehen und selbst nicht mal mit den Finger krumm machen und in Saus und Braus leben. Das sind die faulsten. Und diejenigen, die Mieten und Pachten erzielen, aus der Wertschöpfung, denen Häuser gehören, denen Grund und Boden gehören, dies vermieten und verpachten und selbst die Arbeit eingestellt haben, das sind die größten Schmarotzer in einer Volkswirtschaft. Und nicht diejenigen, die nichts anderes zu verkaufen haben, als wie es Marx mal ausdrückte, als ihre eigene Haut, die sie jeden Tag zum Markt getragen müssen, ihre Ware, ihre wahre Arbeitskraft, um damit aus der Wertschöpfung die erste Art, nämlich die Löhne und Gewinne zu erzielen. Und dann wird diesen Menschen, weil sie nur eben diese wahre Arbeitskraft haben, an den Arbeitsmärkten es auch noch vorenthalten, dass sie sich überhaupt verwerten können, weil sie keine Arbeit bekommen. Weil Massenarbeitslosigkeit im Land vorliegt, Prekariat vorliegt, 36 Millionen abhängig Beschäftigte in Deutschland, davon arbeiten nur 23,5 Millionen Vollzeit und 12,5 Millionen Teilzeit mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 14,7 Stunden, wo ich nicht von leben und nicht von arbeiten kann. Und da faseln dann einige in unserem Land, vor allen Dingen Politiker, aber auch Wirtschaftswissenschaftler, wir stünden demnächst vor einer vollbeschäftigten Wirtschaft und wir hätten Fachkräftemangel im Land. Das ist dann wieder der Realitätsverlust, aber dieser Realitätsverlust dieser Leute hängt natürlich auch viel mit Interessen zusammen, weil sie natürlich aus Interessensicht dieses demagogisch, polemisch, auch über die Medien ins Volk bringen und dann glauben die Menschen irgendwann daran, dass da was dran ist, dass in der Tat wir einen Fachkräftemangel haben, obwohl es bei uns Ökonomen eine Trivialität ist, dass es den Arbeitsmarkt schlechthin nicht gibt, sondern immer nur Teilarbeitsmärkte und dann kann es in der Tat sein, dass temporär an bestimmten Teilarbeitsmärkten, dass da auch Verknappungen auftreten, aber diese Verknappung will das Kapital natürlich nicht, denn wenn Verknappung an den Arbeitsmärkten eintritt, was passiert, richtig, der Preis für die Ware, die dort gehandelt wird, der steigt, das heißt die Löhne und Gehälter und da hat das Kapital was dagegen, das muss man jetzt schon mal vorbauen, Stichwort demografischer Wandel, eventuell ein paar Verknappungen, die an bestimmten Teilarbeitsmärkten entstehen können, um dann Lohnsteigerung demnächst zu verhindern, das ist die ganze Propaganda, die dahinter steht, das hat da mit Ökonomie, mit Realität nichts zu tun. Aber diese Wertschöpfung, das ist das entscheidende, was ich bezeichne als eine Umkehrung kapitalistischer Logik, dass die ersten drei Wertschöpfungsarten, nämlich Löhne, Zinsen, Mieten und Pachten immer kontraktbestimmte Einkommensarten sind. Hinter dem Arbeitslohn steht der Arbeitsvertrag, hinter den Zinsen steht der Kreditvertrag, hinter Mieten und Pachten steht der Mieten und Pachtvertrag und hinter Gewinnen. das ist Restgröße. Das ist auch so gedacht, dass es eine Restgröße sein soll, nachdem die anderen drei Einkommensarten befriedigt worden sind und zwar vorab kontraktbestimmt und diejenigen, die das Eigenkapital geben, früher nannte man sie Unternehmer, die sollen das Rest, den Rest sozusagen, aus der Wertschöpfung bekommen. und da die ersten drei auch immer einen Doppelcharakter haben und Gewinn die einzige Größe innerhalb der Wertschöpfung ist, die kein Doppelcharakter hat, musste man das Spiel wenden, musste man es umdrehen und dann wurde es zu einer Umkehrung kapitalistischer Logik, in dem nämlich Gewinn die Eigentümer, die Shareholder, die Anteilseigner gesagt haben, wieso sollen wir in diesem Spiel, auf diesem Spielfeld die Restgröße sein und die anderen drei vorab befriedigt werden aus der Wertschöpfung und zwar vertraglich befriedigt werden, die Arbeiter durch Arbeitsverträge, die Fremdkapitalgeber durch Zinsen und die Herren und Damen Vermieter und Verpächter, die Grundbesitzer in Form Vermieten und Pachten neuerdings in Leasinggebühren dazugekommen. Das Spiel spielen wir nicht mehr mit. Wir drehen es um. Wir sagen vorab, was wir haben wollen an Rendite und die anderen drei haben sich zu adaptieren und das drückt die Formel, was heißt die Formel, es ist ja keine Formel, die drückt die Aussage von Josef, Josef Ackermann auf der Bilanzpressekonferenz aus. Wir wollen 25% vorab. Das hat da im Raum überhaupt keiner begriffen, was er damit sagen wollte. Er wollte damit sagen, wir drehen das Spiel um. Zumindest die Deutsche Bank dreht es um. Wir sagen den anderen drei Wertschöpfungsarten, wir machen euch zu Restgrößen und wir sagen vorab, was wir haben wollen. Neudeutsch nennt man das dann im Businessplan müsste uns zeigen, wenn wir in die Investition gehen, wie groß die Rendite ex ante ist. Ist sie nicht 25% kein Invest, ist die Investition getätigt, geben wir noch eine Adaptionszeit von drei Jahren, kann das Management dann nicht zeigen, dass die Rendite, die wir vorab geben, erreicht wird, Desinvestition, Schließen, Abbruch, Destruktion. Dann haben natürlich die Zinsen, die die bekommen, es geht ja meistens bei dem Bankensektor über die Finanzmarktsphäre und die Grundbesitzer ganz dumm geguckt, die wollen uns zu Restgrößen machen? Wie denn das? Was erzählt der denn da, der Ackermann? Wir lassen uns nicht zu Restgrößen machen. Und oftmal waren sie sich ganz schnell einig, die Zinsen, die Mieten um Pachten und die Unternehmergewinne. Wohin haben die drei dann geguckt? Gemeinsam, wie in einem Kartell? Richtig, zu den Löhnen haben sie gemeinsam geguckt. Richtig, euch machen wir zur Restgröße und zwar in einer konzertierten Aktion gemeinsam Zinsen, Mieten und Pachten und Unternehmergewinne euch machen wir zur Restgröße. Wer das nicht glaubt, der kann sich ja in der Realität mal mit Arbeitsmärkten beschäftigen. Man wird ja die Lektion lernen, wie man die Löhne innerhalb der Wertschöpfung zur Restgröße gemacht hat. Aber diese Umverteilung, die da drin liegt, auch in der Wertschöpfung, und der Befund ist dann empirisch klar, wenn die drei zu den Löhnen rüber schielen und sagen, wir machen euch zur Restgröße, was da mit der Lohnquote passiert, das heißt, wenn ich dann die Summe, die Summe der gezahlten Löhne dividiert durch die Wertschöpfung, dann habe ich die Lohnquote, dann muss die Lohnquote sinken. Wir können zeigen empirisch weltweit, mehr oder weniger in allen Volkswirtschaften der Erde, dass die Lohnquote unter dem neoliberalen Paradigma in den letzten 30 Jahren in den Keller geschickt worden ist. Und das ist